Also ich wurde die Tage gefragt, ob ich ein externes Mikrofon an ein Handy anschließen kann. Und ja, ich habe mich mal damit befasst und habe es mal ausprobiert. Also momentan spreche ich ohne einem externen Mikrofon, also das interne von meinem Handy ist jetzt eingeschaltet. Und ich werde jetzt mal das externe Mikrofon anschließen und mich mal mit euch unterhalten. Ja, ich habe jetzt mein externes Mikrofon hier angeschlossen an meinem Handy und unterhalte mich jetzt gerade mit euch. Und ich muss sagen, es funktioniert einwandfrei. Also man kann jederzeit auch an ein Handy, an ein Smartphone ein externes Mikrofon anschließen. Gut, es könnte natürlich sein, dass ihr dementsprechend eventuell noch eine App oder irgendwo runterladen müsst. Aber das müsst ihr euch einfach mal dann ausprobieren. Und ich muss ehrlich sagen, es klappt einwandfrei und die Technik ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ja, also es funktioniert. Externes Mikrofon an ein Handy anschließen geht einwandfrei. So, und nochmal ganz kurz zum Vergleich. Hier ist mein Ansteck-Mikrofon. Und über das unterhalte ich mich jetzt gerade mit euch. Einfach einmal nur zum Vergleich. Also vorher war es ohne einem externen Mikrofon, also mit einem eingebauten Handy-Mikrofon. Danach im zweiten Video hatte ich mein externes Mikrofon eingesteckt. Und jetzt habe ich mein Ansteck-Mikrofon angeschlossen und unterhalte mich jetzt gerade mit euch. Und ja, es sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Also wie gesagt, externe Mikrofone kann man jederzeit auch an ein Handy anschließen. Wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, dass ihr eventuell eine App oder irgendwas herunterladen müsst. Aber es funktioniert.